Stell dir vor, du könntest heute den Regenwald retten. Was würde das für dich bedeuten? Hallo meine Lieben, mein Name ist May und ich bin Energy Coach, Cyber Witch und unterstütze unternehmerische Empathinnen und Empathen dabei, sich in ihre Kraft zu stellen. Heute komme ich aber mit einem kleinen anderen Aufruf an euch, nämlich, vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch nicht, dann erzähle ich es euch jetzt. Ich bin ja neben meiner Tätigkeit als Coach auch tätig als virtuelle Assistentin, weil ich einfach Technik mag und mich gerade auch viel mit KI beschäftige und allem drum und dran. Ja, und in dieser Tätigkeit darf ich seit Februar diesen Jahres Fund the Planet unterstützen. Fund the Planet ist ein Unternehmen, das sich auf die Fahne geschrieben hat, den Regenwald zu retten. Und zwar so, dass er quasi unantastbar gemacht wird für die Menschen, damit er einfach für sich gedeihen darf. Und ich finde diese Idee so mega geil und freue mich dabei zu sein und im Team mit unterstützen zu dürfen, damit, ja, damit einfach der Regenwald wirklich unantastbar gemacht wird für uns Menschen, damit er einfach in Ruhe gelassen wird, weil das ist das, was er am meisten braucht. Ja, und in meiner Tätigkeit möchte ich euch gerne aufrufen, wenn ihr könnt, nein, ihr müsst jetzt nicht sofort bei Fund the Planet einsteigen und ein Stück Regenwald kaufen, müsst ihr nicht. Ihr dürft es euch aber gerne angucken, wenn ihr Lust habt, zu erfahren, wie die den Regenwald unantastbar machen. Aber ihr würdet uns unheimlich helfen, wenn ihr mir helft, diesen Fragebogen auszufüllen. Wenn ihr Glück habt, wird nämlich unter allen, die sich daran beteiligen, ein Stück Regenwald tatsächlich sogar verlost. Also, wenn ihr Lust habt, also die Unterstützung, wie sagt man, ein Unterstützungspaket für den Regenwald, so funktioniert es nämlich bei Fund the Planet. Das heißt, ihr könnt nämlich stückeweise mithelfen, jährlich oder monatlich den Regenwald zu helfen. Aber wie gesagt, nur wenn ihr Lust habt. Wo ich mich wirklich freuen würde, ist, für alle von euch, die sich mit Umweltschutz beschäftigen und Klimawandel und überhaupt, und unsere Welt zu retten, unter anderem eben auch die Regenwälder, möchte ich euch, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einfach die Umfrage hier mit bearbeitet, mit unterstützt, einfach mal diese Umfrage für uns ausfüllt. Damit helft ihr uns noch mehr, die richtigen Menschen zu finden für Fund the Planet. Und ja, das ist meine einzige Botschaft heute. Stell dir mal vor, du könntest ein bisschen Regenwald schützen, ein bisschen Regenwald retten, lass es uns noch gemeinsam machen. Danke jetzt schon mal für alle, die sich an der Umfrage beteiligen. Danke an alle, die sich Fund the Planet angucken und vielleicht sagen, hey May, du hast vollkommen recht, das ist echt ein geiles Projekt. Und ja, und ansonsten danke, dass ihr Teil meiner Community seid, hier seid und mir zugehört habt. Und ich wünsche euch eine ganz zauberhafte Restwoche und jetzt schon mal für alle ein schönes Wochenende. Danke und bis dann. Ciao.